So, mein Twitch-Stream läuft auch. Kann jeder noch mal kurz kontrollieren mit der Party? Äh, Chat einbeziehen. Das ist schon einbezogen. Gut. Ribo? Sag mal was. Jo. Gut. Nicht, als man dich nicht hört. White Legends, Stony Bridge, Cube, Grubel und der Bengel. Oh, wie ich immer den besten Ping habe, ey. 33. Und der Grubel schwebt wieder ab mit 118. Jetzt geht's hier. Wieder der 80. Nicht mal. 77. Der hebt schon wieder ab, ey. Der ist schon wieder abgehoben. Denk dran. Viele auf die Karte gucken. Callout. Schon vor mir. So, ich gehe gleich zu B rüber. Außenrum. Ah, ich gehe zu A. Und? Die laufen nicht in der Fähre. Sie werden sich A auf jeden Fall vor uns holen, deshalb gehe ich mal kurz über den brennenden Panzer nach oben in den Stinks. Ich höre das Ziel, Robert. Gute Abend. Gute Abend. Ja, da kommt jetzt was bei... Ich gehe mal da hoch. Zwei bei A rein sind direkt vor dir. Oh, ja. Einen hat mich. Oh, die haben schon einen BW. Einen sind das heute abgesichtet. Ja, haben mich auch. Einen markiert beim Grill. Ich habe hier einen Sanitäter. Der ist ein BW. 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 Komm, Nivo. Lassen wir uns fahren. Ja, ja. Kommt. Zieh bei einem kleinen Kackkreis. Hab ihn. Ah, es hat mich auf BZB. Hinter uns. Bei Wagen. Einer bei Wagen. Zwei bei Wagen. Fuck, jetzt haben wir es verschisst. Aus links. Was? Versuch vor, dein BW. Nicht weiter! Ich trieb zu B. In der ja. Let's go. Feindlicher Sanitäter, da! Immer direkt durch zu B. Ja, ist schwierig. Ah, der C hat mich dumm. Ach. Ach. Ich bin halt im Kino. Ach, Scheiss. Ach, Scheiss. Ich mach mal Sponsor B off. Ach so, hast du schon. Sehr gut. Gut, ich bin da, Sam. Mein Grill ist einer. Sanitäter! Ja! Ja! Bei meinen Ricks. Ach, ich komm nach ZB rüber. Keine Chance. 20% bei A jetzt. Ich hab auch spawnen. Wir müssen schneller capten. Ich warte. C ist safe. Ich bin bei C gespawnt. Keine Ahnung warum. Einer kommt. Einer kommt. Der Vorstand auf einer. Stoney Bridge hat mich direkt. Richtung A. Einer ist rein, Sam. Ja. Ah, fuck. Noch keiner bei meinen Ricks. Da sind jetzt drei Stimmen. Da kann ich nur spawnen. Ah. Zwei Seiten. Keine Chance. Feindlicher Sanitäter! Wir müssen A halten. Ab Stoney bei A. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann! Cube kommt vom... Oh, B sind zwei. Scheiße. Von A. A. Lass ihn wieder die Ecken nehmen. Genau. Bin noch bei A. Ja. Spawned. Ja. Spawned. Gut. Spawned. Genau. Ja. Ah. Wir sind schon bei uns. Ah. Jetzt sind drei bei C. Wollen wir bleiben? Ja, bleiben wir erstmal noch. Hört sie, äh, suchen. Drei sind bei uns. Ja. Seine wenige. Irgendwo. Noch einer. Schon wieder einer bei A. Wir sind bei A. Hinter dir. Was ist bei dir? Nee, Fenster. Ach, scheisse. Ja. Noch ein bisschen scheisse. Ich hab gleich wieder C-spotten. Ja, ich kann auch nicht, kann auch nicht, kann auch nicht. Kann jetzt gleich, jetzt. Ah, gut, den für den K. Der 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 K. In der Mitte, WTF? Schauts! Hab ihn gesehen! Einen hab ich! Sam! Jetzt! Achtung! Kommt einen rein! Ach, scheiß! Gott, jetzt kam Leben! Ah, Mitte! Rewive das einzig möglich! Ich hab'n Spawn-Off, ich mach'n Spawn-Off! Ja! Vorsicht! Komm her! Das ist ein Lehrer, Soldat! Vorsicht! Ein Soldat! Busch! Ja, der kommt zum Vorstand! 2 Ab 1 Ab 1 Ab 1 Sturm-Soldat hat mich Sturm-Soldat ist bei Vorstadt, bei meiner Ex Mit nem Sunny hinten drinne Ja, Spawn bei mir, Spawn bei mir Ja! Augen auf! Sanitäter! Komm, lass den letzten Triple-Camp machen! Komm! Hier bei mir! Rein in die Zone! Rein in die Zone! Ab Grube! Äh, kommt von B zu H Sekunde! Ja! Nein, sie haben nach! Ja! Schade! Ja, es waren grad hier echt viele, ich konnte nur einen nehmen, schade! Äh, ich komme mal kurz zu dir, B, damit wir... Ja, der ist da vorne! Ja, ich hab' ihn grad gesehen, ich pushe ihn mal und versuche ihn mal aus der Denker zu kommen! Ah, da kommt aber noch einer! Eine Seite! Ja, Larry, sag was! Er ist oben! Er ist oben! Äh, Schwanze! Er kommt hier hinten rum zu drehen! Er kommt hier außen rum! Ja, ja! Ah, ist das hier! Ah! Hab' ihn, hab' ihn! Da ist noch einer! Hab' ich! Er hat wieder überlebt schon! Dann geht's! Gut, hinten kommt noch einer! Das war nix! Bei Downtown! Hab' ich! Hab' ich! Gut! Wow, meine ersten Kills! Der Runde! Der Runde! Vorstand! Trotz'n auf mich drauf! Nee, Schatz! So! Ja, es sind zwei! Ja, schlecht läuft's nicht! Ich wollte kurz in dem Haus! Triple Cap am Anfang! Sam, Sam, Sam! Sam, Sam! Sam, Sam! Sam, Sam! Ich komme! Ich komme! Ich bin hier! Drei Stück! Ah! Äh, bei... beim AH-Haus oben! Ah, der... Ah, der... Ich glaube nicht! Ich bin da! Ich bin da! Kannst du... Kannst du überleben kurz? Ja! Perfekt! Da drüben ist ein Salitäter! Zwei Stück bei C-Haus! Das ist halb schon! Ah! Spawnt einen nach! Wir sind ziemlich im C-Haus! Er ist, äh... Runter gesprungen! Der läuft außen! Ah, verlieren wir! Ah, verlieren wir! Ah, verlieren wir! Ja, meiner Ex ist da unten! Wir müssen die holen! Ja, wir können nicht mehr spawnen! Ja, wir können nicht mehr spawnen! C habe ich! Gute bleiben für Sie! Nee, 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 nee! Jetzt! Bin hier, bin hier! Komm schon, komm schon! Mindestens zwei sind hier! Nein, drei! Oh, hab mich! Bei ja, Hütte! Ja! Oh, haus! Nicht er fängt die Frau hinweg! Da ist doch ein Banat! Ja! Ah, haben sie mich eigentlich! Ja! Scheiße, ja! Bleib im Leben kurz! Ich komme! Nein! Fuck! Dürfen C nicht, weil die Ahren... Jetzt müssen wir eine Flagge halten! Jetzt müssen wir eine Flagge halten! Jetzt müssen wir eine Flagge halten! Puschen wir auf, ah! Ich habe noch einen Flee-Spawn bekommen! Keine Ahnung warum! Okay! So! Hier! Erste Elfe! Ah, scheiße! Einer bei ja! Ich haute kurz bei C! Gott, wir dürfen spawnen! Ja! Sauber! Jemand zu mir! Komm, mehr bitte! Gut! Wir müssen Q kriegen! Die Cube ist bei meiner Ex! Sehr gut! C überliebt den Sponsor! Ich habe ihn, habe ihn! Gut! Verteidigt das Ziel! Ich kann nicht spawnen bei C! Gucken wir nochmal, ob irgendjemanden A oder C ist! Komm! B! Äh, auf! Wir müssen ihn zumachen! Ja! Wir müssen ihn zumachen! Okay! Ich gehe mal nach ganz außen! Einer kommt da außen rum zu A! Wenn es will! Ja! Wenn es will! Ja! Ich höre sie schon! Ja! Wir sind schon bei Ihnen! Sam! Alter ist markiert! Ab 1! Wir sind noch nicht! Wir sind nur auf der Karte! Wir machen spawn-off bei A! Ich habe fast keine Leben mehr! Ja! Fack ihn weg! Schön! Einen habe ich! Du kannst die Karte! Alter kommt von A! Down! Ab ihn! Ab ihn! Der Sonny findet mich gleich weg bei Down! Vorbärts! Errobert das Ziel doch! Bounce! 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 Das haben wir gut gemacht! Da ist wieder was bei A! Ja! A! Zielverteidigen! Perfee Das ist ein feindlicher Sanitäter! Ich habe einen Ausbau, nach Zufall. Stoppfeuerat gesichtet! Ich komme. Oh, die kann alle zu berühren. Ein paar sind markiert. Einer ist in der Schule. Einer ist auf dem Sportloch, glaube ich doch. Oh, shit. Warte, ich komme. Sanitäter gesichtet! Ist der noch da? Einer ist noch hier. Nee, ich sehe es nicht. Habe ich. Warte, ich bin jetzt. Einer ist noch hier. Zwei. Ah, bei der Flagge. Das ist hier. Bei mir, mein Max. Ja. Ich habe ihn angehittet. Ist außen. Nee, 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 nee. Sturmsoldaten, slow. So. Den haben wir. So, komm, jetzt müssen wir uns hier rauskämpfen. Ich probiere wieder zu B zu kommen. Von B. Ah, hinter mir. Von B. Ja, ich habe sie gesehen. Ich sehe einen Sanitäter! Einer ist gleich durch. Schildert habe ich. Nein. Einer ist markiert auf der Linie. Ähm, genau. Ach, hab mich. Warte, warte. Den müssen wir kriegen. Du bist verletzt. Ich sehe mir das an. Ab ihn. Oh, wir verlieren schon wieder A. Aber schiebt auf C. Schiebt auf C. Schiebt auf C. Alle auf C. Oh, der Triple Cap darf nicht lange dauern, sonst. Ja, stimmt. Ah, die sind zu zweit. Das heißt, die sind jetzt fertig. Ja, ist klar. Ja. Ist der PC zu oben? Ja, der ist zu oben. Ja, der ist zu oben. Ja, er ist dir Hilfe. Naid. Naid ist drin. Was ist denn der? Ah, da vorne, da sind ich außen. Doch. Ab ihn bei dir, Mary. Ab ihn. Einer ist aber schon noch. Okay. Es ist noch einer. Ah, bei der Flakke. Ne, sieht doch frei aus. Okay, gehen wir schon mal zu A. Ich zieh mir die Wunde an. Damit kommst du auf die Beine. Alles sauber. Ich bin da. Ich werde aber gleich bestimmt von B kommen. Ja. Ja, zu C kommt's auch schon. Ja, hier schon. Ja, Flakke. Einen hab ich. Die sind zu dritt. Die sind zu dritt. Jetzt nur zu zweit. Ah. Ich hab zu lange gelacht. Schade. Ich hab zu lange gelacht. Schade. Versuch ein Spawn aufzumachen. Ja. Na. Schade. Ja, ich geh direkt durch. Oh, hier ist schon einer. Ja, und vorne ist einer. Ab ihn. Oh, noch einer. Einen hab ich. Einen hab ich. Tau, Tau. Zwei E-Mann. Tau, Tau. Hab beide. Einer kommt auf zehn. Macht hier. Ja, ich weiß nicht wo ist. Tau. 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 Na ja, wartet einer. Beim A-Haus. Ja. Ja, ja, ich seh ihn. Ja, die Automatico ist nach hinten. Es sind zwei. Die drei. Ach. Ach. Ich versuch mal, wir tauschen mal. Ja, ich versuch mal B jetzt. Ist gut, ja. Ja. Komm und sein. Gleich durch. Max, komm gleich. Ja. Zieh mich zurück ins Haus. Dann hab ich. Dann hab ich. Ist schon weg. Ist schon weg. Ich drück durch. Ich drück durch. Wir müssen A pushen jetzt. Wüsste, wüsste, wüsste. Wüsste, wüsste. Auf uns. Auf Kiezer. Leider kommt gleich weiter. Warte. Einen hab ich. Den hab ich. Der darf dich drücken. Ah, der hier kommt schon wieder einer. Von B zu. Von B zu A. Ja. Zwei. Zwei. Oh, nee. So, beim Wagen unten. Markiert den. Ah, bei der Flagge. Hab ihn fast, hab ihn fast, hab ihn fast. Zu fast Platz, ja. Gut, bitte. Ja, sowieso bald nicht. Eben geschmissen oder sowas. Auf den soll die Täter. Zwei Stück. Zwei Stück. Sturmsoldat auch. Ich hab einen. Ich verspringe. Ich brauch Mone. Wann gehirrt? Geht weiter, geht weiter. Geht weiter, geht weiter. Ah, C ist wieder einer. Ist links, ist links vorne. Scheiß Nebel. Zwei. Zwei. Ja, Kreuzfeuer. Gehen wir hinten rum. Ja, scheiß Nebel. Ah, fuck. Auf dem Marktplatz. Ah, die pushen jetzt, die pushen jetzt natürlich alle C. Wir müssen uns da irgendwie rausmachen. Ich bin jetzt mal vorbei. Wir brauchen eine Flagge jetzt. Wir dürfen entweder die Schlacht verlieren oder A. Ja, C! Ich geh wieder ins C. Holt da, ich nerv sie bei C ein bisschen. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Wo sind sie? Es waren auch bei C, Moment. Gut. Ich hol B. Ich geh nicht nach oben. Ich geh nicht nach oben. Ich geh nicht nach oben. Bei uns. Oh. Das ist nicht. Ach, ich kriege hier. Das ist nicht so viel. Ich bin der nächste. Zwei. Inabach. Ah! Irgendwo bei euch! Aber Männer rechts! Zwei! Zwei! Einer drauf! Achtung! Passend Spar! Rauch! Fenster! Geh raus! Er liegt am Boden! Piermann, erste Hilfe! Den am Boden hab ich! Die eine ist nicht tot! Max kommt! Ja, der war schon 10! Zack! Jetzt Trämpel! Gut, gut, gut! Nimm 10 rein! Bisschen kommt! Wir sind Trämpel, aber... Richtung B ist jetzt in Riefer, ja! Alles gut, haben wir gut gemacht! Hier, weitermachen! Guck mal, direkt Richtung A! Ein Spawn zu A ist auch schon offen! Ja, Pinter! Es sind ziemlich viele dabei, ja! Hier ist ein C-Spawn! Ja, einer ist, einer ist... Einer hat einen starken Hit! Der prüft Gute! Ach! Gott! Oh, fuck! Äh, wo sind diese? C! Unten! Ich hab noch einen Spawn Richtung A auf! Von hinten rum zur... Ja, einer ist... Einer ist raus! Ich hab noch einen Riefer! Der hat mich... Was tun? Ja! Kommt 3... Der hat mich gespielt mit Rauch! Ist das dein Ernst? Der wird jetzt B pushen! Ja, sehr gut, genau! Wir machen A jetzt! Dann kriegen wir jetzt noch einen fetten Schüttelverdruck! Wir haben das Ziel verteidigen! Ach, schade! Ja! Unten drin! Einer ist raus! Ich hoffe, das Zeug nützt was! Ja, kommt hoch! Noch einer oben! Treppe! Ja, noch einer oben! Er ist weg! Wo ist noch einer? Es sind noch zwei einer von der Flagge zu... Zu dem Haus, wo du bist! Hinter dir sein! Ja, Ziel darf nicht! Fallen! Kommt was! Von B außen nach A! Essen! Ok! Ah, Treppe! Außen, Treppe! Hab einen bei A! Ja, keine! Weiß, ich hab ihn! Hab ihn! Was? Du hast noch... Einer bei dem... Da ist einer bei dem... ...City! Er ist weg! Ah, der geht zurück zu B! Wir haben jetzt auch einen! Auf dem Platz! Oh, sch... Er geht zurück zu B! Auf dem Platz! Ich hab ihn, ich hab ihn. Da müssen wir jetzt cap'n, wir müssen jetzt cap'n. Da ist einer. Ich muss dir nachladen. Ich geh mal zu B und guck mal was hier so ist. Die sind alle vier hier. Ich hab sie alle markiert. Ja. Sie haben gleich gewohnt. Ich bin wieder auf B. Oh, bleib mal so. C ist los. Losern. Vorne, bei Richtung B. Ah, dort. Okay, ich geh mal kurz durch Richtung B. Okay. Und gated. Ah, waren zwei. Ich warte kurz. Nein, komm schon. Es kommt bei mir. Ja. Okay, nicht. Das sind sie. Wissen sie, wenn ich mit dem Kippen kämpfe. Ich verteid das Silbe zum letzten Mal. Hahaha. Da farmt einer. Hm. Ja, schlecht haben wir's nicht gemacht. Nee. B. Ziemlich gut. Ähm. Ja, die machen ganz gut zu immer. Ne, Richtung zu den ganzen Flaggen. Also die halten wirklich B sehr gut. Ganz kaum rüberkommen. Das ist ziemlich schwierig. Ja. Ich versuch's mal trotzdem. Also ich würde das gerne so belassen. Ich würde mal B versuchen. Ja, geh zu A runter. Genau. So. Ah. Oh. 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 Ja, ansonsten müssen wir noch ein bisschen mehr Gunfights gewinnen, aber ich glaube so nach der ersten Runde vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser. Mal sehen, entweder geht es jetzt bei denen noch besser oder bei uns besser. Ja, mal sehen. Bei B würde ich eher die Mundrago nehmen als die M19-16. Die M19-16 hat so einen harten Rückstoss, es ist ein wenig schwierig zu treffen auf weiter Distanz, also wirklich weiter Distanz. Ja, ich glaube, dass ich eh bei der Mücke bleibe, falls wir nämlich B haben, glaube ich, werde ich eh ins Infield gehen, um von da aus dann einen Spawn zu jeglichen Flaggen aufzumachen. Das habe ich nämlich die letzten 10 Minuten gemacht und ich glaube, dadurch haben wir echt nochmal gut Tickets gewonnen. Also, ich habe da mal einen Spawn zu A aufgemacht, war, glaube ich, gar nicht schlecht. Wir bekommen jetzt auf jeden Fall den guten Spawn, das ist nicht schlecht, also wir bekommen jetzt diesen B-A-Spawn. Das heißt, ich gehe, ähm, ich überlege gerade, ja, ich gehe alleine zu B und nehme das Ding da schnell ein. Ich gehe zu A rüber und Sam und Fliba zu C. Okay, Mary, kommst du? Ich komme mal. Ach, so gut. Nee, nee, zwei zu, zwei, nee, 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 am besten drei zu A, gleich für die Anfangshase, drei zu A und einer geht dann in dieses Infield, wo ich da gerade eben immer den Spawn zu A aufgemacht habe. Vom da aus kannst du dann... Du meinst da genau bei Vorstadt? Genau, Vorstadt, Richtung, da kannst du dann Richtung brennender Panzer gucken, wo die hinpushen. Dann versuche ich das. Ja, okay, alles klar. Ja, wer füttert das? What the fuck? Oh, ist ja kacke. Na, egal, okay, dann gehe ich mal in, dann gehe ich mal in Vorstadt. Ich bin Richtung B. Ja. Da ist einer brennender Panzer. Zwei, einen habe ich. Na, dann bremme ich. Zwei, einen von bei B, über Vergnügungspark. Ja, aber... Es geht. Sonst bin ich bei Brezel, geht auch. Nee, nee, was? Ich bin schon da. Wir werden durchschritten. Also, erstmals in Richtung B habe ich einen. Ich bin auch schon bei B gleich. Hab ich. Ich bin wieder in Triple rein. Schnell in die Flagg rein. Ja, ja, ich habe auf dich gewartet. Gleich, weil der Flagg ist weg. Er ist markiert. Ja. Zwei. Hallo, mit PC. Vorwärts, erobert das Ziel dort. Wir sind zu zweit bei B, das heißt, die Chance ist groß, dass ihr A pushen könnt. Oh, da wartet einer. Da wartet einer. Das Trümmerhaus, also beim Panzer. Ich will. Nein, ich habe hinter euch. Oh, komm schon. Ja, hab mich bei B jetzt. Noch einer, noch einer. Noch einer, noch einer. Fuck. Ah, damn. Die Chance ist groß. The Stoney knife. Sam's kommt eigentlich zu zweit aus der Richtung. Schaut dich. Ich bin bei C. Ich weiß, ich habe es an die Täter gesichtet. Ich bin zu uns. Der da vorne. Ja. Vorne habe ich. Der da vorne. Ich bin zu zweit. Da kommt jetzt bei downtown. Oh. Einer ist bei C, top an der Flagge. Da ist noch weit drin. Einer kommt jetzt bei downtown. Einer ist bei C, top an der Flagge. Ah, nicht bei C. Ah, bei der Flack. Flack. Flack habe ich, aber Stimmst du da? Kommt rein. Flack habe ich, aber Stimmst du da? Bei C, Nassbaum. Ah, ja, kommt rein. Ah, f***, ich find zu viel. Ich bin schon dabei ja auch. Oh, sie hat noch Treppen. Ja, ich spaw bei dir. Oh, shit. Hier, er ist der Hilfe. Oh, nee. Ah, ich versuch zu warten. Oh. Deckung. Ist das wieder nicht gefressen. Ja, geht nicht. Bei meiner Ex ist einer. Kupinter. Spawn, spawn, spawn. Ah, f***, hab ihn fast. Ah, schon. Kommt rein. Hab ihn. Ich? Ja, ja. Hab ich. Erste Elf, er nehm schon! Achtung, da ist schon wieder einer. Haltet dieses Ziel! Ich meine Ex. Von B, zwei B. Ah, f***, zwei Stücke. Oh. Einen habe ich. Ah, gar nicht bei C spawnen. Ah, die sind zu dritt bei C. Ich wüsste, der Rest eigentlich gut geht. Ah, ich hab einen Aus-spawn. Aus-spawn auftun. Gut, bin da. Ja, ich bin hier. Da. Kann schon mal. Ich bin Musch. Hier, erst die Elfen. Ich bin Musch. Ich schau auf A. Alle auf dem K abus. Ja, man sieht so wohl. Ah, ja, ich hab einen Planleiter. Ah. Ich überspringe. Ich überspringe. Ja, bei der Flag. Ich halte kurz. Ja, 3 bei A. Wir machen Spawn bei C auf. Komm gleich Sam. Ja, mehr ist da. Ja, Spawns auch. Hier ist einer bei mir. Ja, natürlich mit seinem blöden Outro-Revolver, dieser Outro-Revolver fängt mich so dermaßen ab. Spawn bei mir. Einer von B nach A. Kippt. Ach, geht der, kommt der. Kommt, äh. Nehmen den, nehmen den, nehmen den, Mary. Okay. Ja, ich weiß so was. Was? Nein, ich weiß doch nicht. Ah, ich mach auch nicht. Spawn, spawn, spawn jemand. Oh. Hören die Schritte? Ja. Ah, hab ich. B-Richtung. Das Ziel doch! Ich bin bei B. Ey, aber das Ziel! Ich bin bei C auf. Bei der Fleck. Ich bin bei C haust. Ja. Das ist auf nem kleinen Tor. Doch. Nee. Fuck. Ab ich. Verteidigt das Ziel bis zum letzten Mal. Ich hab euch gespawnt. Ich geh Richtung A. Ah shit. Fuck. No, komm schon. Zwei. Nein. Keine Schuss. Ah shit. Alle sind schon infield. Wie schnell kann ich euch das? Gerade noch nicht. Ah shit! Oh man! Ah shit! Ah shit! Ah shit! Stoney Ich warte Für dich Kamerad, er ist für Hilfe Drei 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 Spawner Ja geht nicht Drei Ich gehe ins Infilt Ne, wir sind es Du bist verletzt, ich kann dir helfen Da ist was er geht, da ist er Hier man, erste Hilfe Bei mir hier Fahrt pushen Ich push mal schnell mit Ah hier 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 Erste Elfen Bei A und B Wer? Einer bei der Fleck Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Geh schon mal Richtung B Komm schon auf die Beine Ich hab einen B-Spot Außen drei Stück weit zu 2 Bei B habe ich ihn gesehen Ich hab ihn für dich Ich hab ihn gespottet Bei B Den müssen wir kriegen Das Leben 2 Spawn Wir brauchen was Ich hab A spawn Ich hab A spawn Jetzt sind sie schon wieder zu dritt bei B Jetzt sind sie schon wieder zu dritt bei B Jetzt sind sie schon wieder zu dritt bei B Ich hab ihn jetzt Ich hab ihn jetzt Du bist verletzt Ich seh mir das an Es ist noch einer bei A Hier Auf der Strasse Hier, er ist der Hilfe Er ist der Hilfe, er greift zu man Das ist einer Jetzt spielt er mit der Bar Ich spiel auch mal schnell mit der Bar Ich komm gerade nicht klar Ich hab ein C spawn Ich komm zu dir hoch Ich hab ihn Ich hab ihn Mein Ricks Ich hab ein A-Test drin Ich hab ihn Ich hab ihn Ah ja Was sei Das ist das Feindlicher Sanitäter Was sagst du das? Das ist das Feindlicher Sanitäter Feindlicher Sanitäter Ah 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 Das ist die Cube Was? Oh der Achtung kommt Schnell kann doch keiner drehen Ja die Empfindlichkeit geliebt Ja die Empfindlichkeit geliebt Das hat der Flagge bei C sein Ja Ja Wir wissen ja Ah Ah Let's see Mein Ricks Sander Ja Ah Wie die immer zu zweien kommen Zwei hoch Zwei Zwei Buh Boah Boah Ja Müssen wir C da ein Kriege auch dauernd nur ein C-Spawn. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht warum wir am Anfang auch wieder den schönen C-Spawn bekommen. Vorsicht jetzt! Sturmsoldat! Erste Hilfe! Nimm's schon! Was? Letzte bei mir, Achtung. Ah, sind alle bei C. Wir kommen da auch nicht raus. Wenn wir dauerhaft nur diesen Faschisten in C-Spawn bekommen, ist das unglaublich schon wieder. Du kommst dann nicht raus. Der Fein kontrolliert alle Ziele! Wir müssen ihn zurück, aber was ist denn? Der Weg zu A ist ewig. Und da bin ich schon fertig. Da vorne, ich höre mich besser! Wir wollen mit C sind. Fertig. Der einzig Positive von uns. Oh, ich fahre positiv. Ja! Schnurren! Also das war wirklich hart lächerlich. Jedes Mal der gleiche Spawn, das kann nicht sein. Das geht nicht. Immer dasselbe. Soviel zu Zufall spawnen. Zufall? Ja. Dass wir zweimal die gleiche Scheisse bekommen haben. Das macht doch keinen Sinn. So, Suez. Äh... Jetzt sind wir so wieder bei B da oben bei der Treppe, oder? Mhm. Wäre ja auch bei B. Schon wie vorhin besprochen. Äh... Flibo bei C, ich bei A und Brezel auch bei A. Da hatten wir das so gesagt. Ja. Das ist ich bei B. Ja. Oder? Ja. Mhm. Das ist eine Frage am privilege. So? Ja? Ja? Das ist eine Frage. ... Max, bist du jetzt schon da oben? Ja. So. So. Schnell dich zu sehen. Ach ja. Schon wieder haben wir natürlich auch einen Kax. Sam kommt rechts von dir. Ja. Guck. Ja. Ist schon hier. Ja. Ist schon da oben. Nee. Sturm ist schon da oben. Wie der so schnell da reinkommt, ist doch... Ah, die sind schon bei Jahren. Der Sturm ist weg. Der zweite hab ich nicht. Rätselbinder. Ich werf der Granate! Warte, ich bleib schnell hier. Der macht irgendwie Spawn auf. Ich nehm keine Lenkung. Was? Nein, was war jetzt los? Ich konnte nicht durch. Ganz schön, du kannst hier nicht rein. Ah, schuldigung. Er kriegt mich so schnell mit dem Autorevolver als hätte der Auto, ey. Und der Expo. Ach komm schon. Das gibt's doch nicht die Scheiße. Ach. 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 Hier, erste Hilfe! Hier, erste Treppe oben. Sorry. Ich versag deine Wunden! Oh, das sind schon wieder weg. Oh, shit. Ja, die pushen. Die hab ich. Oh, boah. Soll ich's nicht wieder zusammenflecken? Hier, man, erste Hilfe. Kommt da einer auf Single-Hütte an? Erste Hilfe! Ja, dann killst du mich mit der Granate-Inflation. Sorry. Oh, zwei. Komm, das ist super. Ich zieh mir die Wunde an. Ja, ja. Ah, schuldigung. Ach. Links, links, links. Mary, links. Ja. Hab ich. Schauber. Jetzt zu A abriggeln. Komm zwei vom Lagerhaus zu B. Ja. Angehittet. Bist du? Na, zu A konnte ich nicht. Wir müssen da zumachen. Ja, geht auch einer höchstwahrscheinlich durch zu C von A ganz raus. Ja, bei B ist weg. Hier! Erste Hilfe für dich! Da müssen wir rein, da rein, da rein, da. Wir sind grad zu zweit irgendwo aus. Hab mich. Bei der Kirche. Ja, wir mich. Ich komm mal. Ich komm mal. Gut. Was gibt's noch jetzt? Oh, es wäre safe. Ja. Achtung, Anato. Hab ihn. Noch was? Noch was? Er, B-1-2005. Gut, aber. Okay. Ah, es ist schon einer, aber low. Bengel Chico kommt zu C. Oh, nee. Der ist dort. Kommt ja gleich bei der X. Ihr seid schon zu zweit. Ah, perfekt. Das brauchen wir noch mal sehen. Ich komm nicht. Ich komm raus. Aufpassen! Ich komm raus. Ich komm raus. Hier, erste Hilfe. 1-2-2. Ich bleib mal bei A. Ich bleib mal bei A. Ja, ich bleib mal bei A. Ich geh mal direkt durch. Ach. Ich geh mal direkt durch. Ach. Ach. Was? Jetzt weißt du raus. Ich bin weg, hab ich. Ich hab ihn. Ja, ich hab's hier. Horst ja. Be safe, bin safe. Heiß in Leben. Heiß in Leben. Bin auch bei B. Ja. Hört mich auch. Zu A, bringen. Bei C ist was. Hab ich besponnt. Ich muss schauen. Okay, wir haben einen weg. Ich bin da ja, selber, oder nicht? Komm, zwei Single-Haus, ja, hab mich, hab mich. Ich hab nur Sponso A auf. Ah, nicht mehr. Ich krieg das jetzt hier unten wieder auf. Nee. Ich geh mal weiter C. Der scheiss Zufall Spawn wieder. Erobert das Spiel! So, ein Zipfelhaus oben hab ich. Erste Hilfe, greif zu! Ein Zipfelhaus. Zwei Stück, Marquis. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Noch was. Noch was. Treppe 2. Ja, genau. Zwei Feier. Ja, ich, ich hitte den Cube dauernd, nur ich kann ihn nicht killen. Das ist, was der mit der Automatikum macht, gehört verboten. Eben. Soxchen. Ja, ich weiß nicht, ich krieg's wieder auf. Aber wir machen, bisher ist das noch ganz gut. Cool. Wir brauchen mal einen Triple Cap. Okay. Oh, ist sauber. Ich halte wieder mit. Fresche Munition! Wir sind alle bei D. Ja. Gut, gehen wir C. Wir kommen hoch, zwei. Wir haben ein paar Beine. Das Ziel darf nicht fallen! Ja, genau. Verteidigt das! Ich werd'n kurz spawnen auch schnell. Ich bin weg. Oh, ne. Einer ist bei C. Ich konnte nicht bei dir spawnen. Da kommt, da geht jetzt einer vor Guard. Ich hoffe, er geht jetzt zurück. Bistur. Oh, ich seh ihn. Ach, okay. Danke. Zwei bei meiner Ex. Einer geht A, einer kommt B. Einer geht wieder zu A. Ja, ich seh ihn. Vor Guard. Vor Guard. Aus Matico. Aus Matico. Aus Matico im Vor Guard. Fabin, Fabin. Hier ist Munition. Ja, Aus Matico hat mich beim Score. Fabin, Fabin. Ach, wir haben zwei Grenades. Kommt's doch mal in der Vor Guard. Richtig, genau. Gut. Er kriegt mich auch, das kann nicht sein mit einem HP. Och, nö. Leute, macht das nicht so schlauer, ne. Better Field Entwickler, eigentlich. Ach, da warnt diesen Ex-Manusung, glaube ich. Nehmen wir. Klein. Was? Hab ich. Herr Oberkassier! Spam bei mir nach. So auf der Strasse. Über die West Side. Ja, ist West Side, ja. Beim Lager kommt auch noch wer. Ach, Stürmsoldat. So, bei meinem Regen. Hüste. Oh, ich hab ein bisschen Munition übrig. Oh, oh, oh. Drei Stück. Drei Stück bei der Zunge. Spawn, 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 spawn. Wir müssen uns wieder mehr verteilen. Wir laufen da ziemlich zu. Ja, darum lauf ich ja so. Vor die Seite. Das ist gut. Aber die kommen jetzt wieder von A an. Ja. Ja. Wie denn, wie kann denn hier noch einer sein? Boah. Zweiter. Sehr, zu viel. Ja, drei. Nein. Halt jemand Munition? Kommen alle zu C. Das muss gut sein. Ach, ich hab ein Ex-Bar. Geh gleich zu A. Und der ist weg, Betsy. Hey, Soldat. Ja. 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 Scheiße. Was ist das? Ja, das ist zweit. Wieder zu zweit, Betsy. Alto Revolver. Die kommen mal. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Sie kommen ums Eckhaus. Für die, die jetzt dorthin unterwegs sind. Ab ihn. Schon wieder einer bei A. Und einer. Einer ist bei A. Hm, keiner. Zwei. Drei. Okay. Die Verteilung ist nicht schlecht. Zweikämpfe. Ein bisschen mehr auf die Sieben. Man muss nicht alle analysieren. Jetzt. Wenn wir einen Spahn haben, dann kann man nicht alles sparen. Ja, das bringt. Ich mach's so. Das funktioniert jetzt. Ja, dann krieg ich mich schon wieder mit. Ich hab ihn. Ja. Ja. Ja, cool. Muss noch einer. Einer muss noch zu B. Gut. Und da. Achtung. Nicht auch gleich Nordschirm und mich. Nein. Ich geb ihn. Ja. Ich hab ihn. Krieg mich schon wieder. Sturm hab ich. Zwei. Komm zu B. Achtung. Nichts. Ja. Ne unten. Einer ist nur noch bei B. Nur noch einer. Da sind alle wieder. Krippe hoch. Ah. Fünf Leben. Ja, das ist hinter uns. Ich hör dich. Ich glaub's nicht. Dieser Motorrad. Die hat Stoni eigentlich geführt. Ja, das ist ja. Gut. Alles sauber. Geh weiter. Es stehen schon zwei. Dries Zeit. Achtung. Kommt. Hab ich. Hinter uns. Ibu geh in Deckung. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Er hat's in Deckung. Wart noch. Wart noch. Ich geh nicht nach vorne. Zaun hab ich. Die zwei. Kommt. Mach die beiden. Ah ja. Wir haben schon wieder was. Zogen. Zwei Schüsse. Jeder mit seinem Auto wollen, damit er nichts anderes spielen kann. Geht in die Flecken. Geht in die Flecken. Ah, hinter dir. Ah, scheiße. Geh mal bei. Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt es. Ja, bei mir, bei mir, bei mir. Zwei, komm links. Einen hab ich. Ah, fack. Zwei, ich kriege. Einer gerade aus, einer links. Einer ist auf dem Papier. Schön, bist du, dass ich da bin? Heiglich bei B. Ja, das habe ich. Einer ist hier, mir leid. C unten. C aus unten. Jetzt ist es rauf. Einer ist auf. Zwei. Einer ist auf. Einer muss da. Oh. Ja. Ja. Ja, ich spawn. Ist doch klar gewesen. Wurschen wir alle auf B. Barberies. Ja, B halt. Wenn wir von da aus. Weg. Kommen schon alle zu A rüber. Nein! Sorry, ich kann ihn nicht. Ich bin auch nicht mehr da liegen. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Wir kommen von E-Cars zu B. Ah, fack. Vor Garten, zwei Stück. Wir haben das Ziel im Sack. Gute Arbeit. Nicht auch gleich dort, wie ich. Hä? Was? Ja, es ist einfach unlogisch, was hier teilweise abläuft. Ah, the fack. Ah! 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 Ehh. Ohne dieses dämliche Rutschen werden die nichts. Ohne Scheiss. Da werden die nichts. Ehh. Immer aber Rutschen bringt's noch. Bis zum nächsten Update. Dann rutschst du und dann stehst du eine Sekunde still. Bei uns ist sowas. Werden das viele unterlassen, denke ich mal. Ja, ich finde nicht mal das das Schlimme. Sondern diese Scheiss-Auto-Revolver. Zwei Schüsse sind weg, bist du. Ja, ist zu mühsam. Probiert ein bisschen mehr auf der Defensive zu machen. Ein bisschen in die Tiefe des Raums. Und so Headglitches und Türenrahmen und solche Scheiss aus. Das funktioniert recht gut. Bis jetzt. Ja, gegen die. Bei mir. Ja, ich kann nicht mehr bei mir. Wenn der mit der Akadematiker kommt, dann ist so, ja. Ne, ne. Den schaff ich auch. Den mach ich immer mit dem Bayonett platt, wenn er die Tür raus steht. Ja, ich meine, wenn er... Ich weiss, wann er kommt. Ich weiss, wann er kommt. Ich weiss, wenn er kommt. Ja, ich weiss, wenn er kommt. Und dann komm ich raus, wenn er rein kommt. Ja, okay. Slot wird reserviert, wie auch immer. Wenn wir jetzt den gleichen Spawn bekommen, dann lege ich echt Beschwerde ein, ohne Scheiss. Kann das nicht mehr sein. Ne, klass deine Uhr. Klass deine Uhr. Da beschweren sich andere. Hört mal auf, euch zu beschweren. Und kämpft hart. Sterbt leise. Kämpft hart. Kämpft hart und sterbt leise. So ein bisschen mit... ... ... ... Das ist so. Wie ist es so? Es ist mich! Zähnungs! Vorgarten 2. Vorgarten ist aber low. Ich werde nicht überleben, nicht traut mich. Oh, sorry. Sieben leben. Schimmel dich dort, schimmel im oben kleinen. Ich habe richtig Mühe damit. Ich kann wer kurz zuhören. Nee, das ist zu viel. Und zum Geier hat er das wieder rausgefahren. Uh, hab ich. Ah, nee. Was? Was? Woher kommt jetzt der wieder? Ja, ich weiß es nicht. Da ist keiner in der Flagge. Ah, nee, ganz ehrlich. Der ist tot und da ist er noch. Nee. Nee, kann das nicht. Schon wieder. Ich bin nur da. Oder? Ja. Ah, Stony. Äh. Zipflhaus unten drin. Zipflhaus unten drin. Ja. Ja. Da habe B-Spawns zwischendrin. Geht's auch. Da bin ich. Okay, es geht. Ich finde, ich in die Defensive rennt. Wir müssen ganz viele obern! Ah! 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 Was ist da? Es ist noch einer. Erste Hilfe, nehm schon! Ja. Mach das doch! Noch einer! Ja, selbst. Er greift zu, Mann! Ich habe alle. Uh. Baby, it's a triple! Abregeln, abregeln. Ich gehe zum Red Glitch! Ich komme vor, gerade zwei Stück. Ich gehe zum Red Glitch. Was geht's? Geh, bitte. Ansonsten, noch wer? Hoher! Boja, wie war das noch? Er kriegt mich schon wieder mit seinem Scheiß-Auto in den Scheiß-Auto-Bremmer! Das ist so bitter, der kann nichts, nur mit dem Autorevolver. Der sieht mich und er wird mich haben. Ich hab ihn. Jawohl, das ist gut. Wir müssen uns doch nicht, da wird einer von uns in die Ecke. Okay, Achtung, ich bin da erschossen. Wir haben einen ersten Ecke. Er ist immer noch hinter uns. Wie schnell ich sterbe. Wie schnell ich sterbe. Wie schnell ich schau. Ich hab ihn ja nicht. Ich muss doch nur sagen. Ist das denn so? Ach, hier ist gehilfe. Verlangt. So hier. Kannst du deine Automatikum mitnehmen? Vorsicht! Oh, der ist ja verharscht. Er weiß wieder ganz genau, dass wir hier lang kommen. Ist safe. Ist mehr safe. Ist mehr safe. Ist mehr safe. Stonybrill. Alter. Wie viel hält der aus? Wieder direkt fuß. Ah. Wahnsinn. Ich komme nicht mehr von den Spawns weg. Ich weiß nicht was da läuft. Das ist Spawn Trappin pur. Scheiß Call of Duty Spiele. Oh ne. Aber ja. Gehen wir jetzt auf. Ich bin mal friedlich zu C unterwegs. Gehen wir jetzt. Peaceful Modus. Hauptsache nicht sterben. Oh B. Oh da okay. Ah B und hab ich. Sehr schwer. Ah. B da. Ist gehittet. Fuck. Komm schon. Hab ich. Lass mich raus. C sind zwei. Ich geh auch. Zwei Stück. Nein drei von zehn. Ja. Vergesst hab ich schon. Ah ne. Immer nur so knapp. Oh no. Wie. Wie oben. Wie oben. Halt mal hier. Ach Säbel. Säbel ist doch ein DLS. Nicht? Brauch ja. Wer hat eigentlich ein DLS hier? Ich glaub ich hinter uns mag es los. Aah. Bei mir. Ja. Ich helfe einen bisschen zu. Mensch fuck. Ich kann dich Spawns noch nicht. Ich kann dich spwn. Ich komm nicht weg, wir kommen hier immer gleich am Spawn. Kann ich spawnen, es geht einfach nicht. Ja, hab ich! Weg! Ach, dann hinter dir! Oh, einen hab ich. Was gibt's Neues? Oh, 10, 10. Hab ich! Auf zwei, was? Jetzt kommt er hin. Vorwärts! Erobert das Ziel dort! Geht jetzt in B rein. Auf hin. Aber ne. Hier! Erste Elfe! Ja. Gut gehabt. Oh, zwei, Junge. Oh, echt. Keiner kommt. Der B. 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 Ich helfe dir! Er ist in der Schiff. Er ist in der Schiff. Krapf! Granate ist raus, hol uns, hol! Oh, fuck. Sorry. Mehr als drei geht nicht. Schon fast bei Ja. Hier, erste Hilfe! Erste Hilfe, greif zu! Das Ziel dort! Oh, nee. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Haltet dieses Ziel! Ab einen. Ah, noch keinen. Danke. Auch verdienen wir. Kommen wir nach. Ich weiß nicht. Es kommt mir so vor, als wenn es zehn Typen auf dem Feld fällt. Ah, drei Leben. Fick. Ah, Spawn ist weg bei Ja. 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 Erstmal auf dem Feld. Ja. Gar nicht davon. Ja. Ja. Das ist zu spüren. Achtung vom Marktplatz. Und sie haben einen Triple. Und wir haben einen X-Bar. Ja, wir kommen schon auf die Beine. Ah, was? Das hat ihn nicht gewonnen. Was? Äh, äh... Es ist oben. Nein. Ich stehe auf. Nein, ich kann schon. Wir kommen alle rüber zum D. Ich lande immer vor zwei Typen. Ich lande immer vor zwei Typen. Fixbar, oh je. Ich lande immer vor zwei Typen. Ich lande immer vor zwei Typen. Geh rein. Meine X. Automatiker bei B. Beim Lager. Achtung. Bitten den Bs noch die Automatiker. Ja. Ach komm schon. Wir erwischen dich noch. Nein! Nein! Ach komm schon. Ziemlich üble Wunde! Ziemlich üble Wunde! Oh, geh! Du bist ein aus dem Haus bei B. Bis zum Spital. Wir kommen alle zu. Ja. Ja. Zwischen den Zwillingen. Sind du. Ach nee. Beim Kios. Was? Bist du volles? Nee, was? Oh. Nee, noch negativ geworden. Ähm. Ich hab auch nicht scheiss gewonnen. Jaja. Sind die nur zu viert? Nee, einer ist gerade jetzt rausgegangen. Nee, einer ist gerade jetzt rausgegangen. Können wir gleich die Nachbesprechung machen? Ja, würd schon sagen. Dann haben wir die durch. Max, machst du es oder ich? Ähm. Was starten? Ja, egal, mach du. Gut. Also. Ähm. Ähm. Ja, dann fangen wir mal unten an mit Sam. Sö. Ja. Ja, was will ich das zu sagen? Positiv. Erste Runde. Sinai haben wir sie eigentlich, ja. Gut abgewehrt. Waren sie noch nicht in der richtigen Fahrt. Ähm. Entschuldigung, warte mal kurz. Ähm. Was macht sie den Stream noch aus? Oh. Ja, wär noch was. Moment. Schau, dich, 27. Gut greation. Ja, von diesem